Das ist so ein Insider-Joke in der Wall Street, der der Taxifahrer dir sagt, du sollst eine gewisse Aktie kaufen, dann weißt du, dass die Party vorbei ist. Ist sie das? Heute gehe ich auf ein Kernthema ein, das werden wir vertiefen. Nächsten Sonntag, das ist der Immobilien, gewerbliche Immobilienmarkt. Da stellt sich die Frage, ist das Betongold oder Betonschrott?